äh, wie soll ich denn da hochkommen? ich muss doch irgendeine Möglichkeit geben hä? du seh ich schon oder was? oder kommt er in dem Haus irgendwo hoch ich muss doch gucken das war schon wieder zu hoch hier Baum hier? das kann es auch nicht sein, oder? das war ja eine bescheuerte Sprung-Einlage oder ist es das tatsächlich? ne, da komme ich ja nicht hoch dann oh das hier scheint der richtige Weg zu sein haha aber wie komme ich jetzt? komme ich hier hoch? da hinten ist der da hinten ist der Rucksack ja das stimmt schon mal was probieren ich place mal kann ich hier drauf springen? ja, okay wahrscheinlich nicht der reguläre Weg, aber ne? das, warum komme ich hier nicht rein? lügt das scheiß Problem komm, das gibt's doch nicht das ist doch schon oben oh das ist doch bescheuert das ist doch bescheuert scheiße auf das Versteck so, äh wir wollten zum Labor oder na ich schau mal das andere Versteck auch noch an so, seh doch mal hier ist auch noch ein Versteck hinter mir ah, hier komme ich auch nicht raus okay, danke, Spiel hinter mir rechts so so erstaunlich wenig los hier im Outskirt so, in dem Haus hier äh also hier ist nix also muss es weiter oben sein wo geht's hoch hier? so das ist ist das hier ein Versteck hier? ach, da ist irgendwas was man durchsuchen kann, ja oh, Expert-Tools ich kriege ein Harry mann Gottes danke, Spiel endlich ja, jetzt kann ich das 25 Mechanikern das eine Werkzeug geben, ja ne das erste Werkzeug das behalte ich auf jeden Fall selber ich will erst einmal mein Krempel selber reparieren ähm Stash also das war das Stash wo ich gerade war und ich wollte eigentlich zu dem aber das ist mir jetzt ist es mir egal jetzt jetzt habe ich meine Werkzeuge jetzt sind mir die Verstecke jetzt erst einmal egal 90 Grad links muss man hin sooo ups muss ich auch definitiv speichern jetzt wo ich die Werkzeuge habe die lasse ich mir jetzt nicht mehr nehmen doch irgend so einen blöden Fehler sooo ich mache mal das Licht aus dann nicht so leicht gesehen hoffe ich hm wirklich sehr wenig los hier so Das war's für heute. So, das eine versteckt, das liegt eigentlich genau auf dem Weg. Das könnte man eigentlich schon mitnehmen. Ich muss dann da raus, hier vorne, okay. Oh Gott, das ist in dem... Oh, das ist ein... Ich glaube, das ist ein Hotel oder sowas, keine Ahnung. Aber ich weiß, das ist... Bombenvoll mit Zom... Alter, ich muss da gar nicht rein, ich muss hier hin. Aha. Umgefallene Telefonzelle. Äh. Wo ich da ran? Achso. Da ist das Versteck. Äh, ein Proto-Exoskelett. Okay. Kann man ja mal aufheben. So, okay. Äh. Äh. Ich muss... Ach so, war das. Ach. Genau, das Labor war ja in diesem Haus drin. Und ich glaube, da musste man irgendwie so in den Aufzugsschacht rein und dann irgendwie runter und dann, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall... Zumindest könnte es zombieverseucht sein. Ach, das ist ein Service... Ein Service Center. Genau, genau das war's. Okay, also... Hier. Kein Schwein hier. Keine Sau hier. So. Genau, das war der Aufzugsschacht. Und da kommen wir jetzt wahrscheinlich nicht rein. Hier geht's auch noch nicht. Hier ist auch noch zu. Okay, hier geht's nicht wirklich höher. Oh, äh, okay. Das geht hier nicht höher. Gucken, was der Trick ist. Okay, das ist mir jetzt fast zu leicht. Ich glaube, da ist ein Verzeug dabei. Äh, können wir alles nehmen. Hat das noch gar keine Waffe dabei oder was? Äh. Kann man den Tresor durchsuchen? Äh, nö, nicht wirklich. Okay. Wow, wo kommst denn du her? Ah! Immer schön nachladen. Immer noch nicht nachgeladen. Was ist denn du? So dann? Ja, genau. Die schon gesehen. So, wer war das jetzt? Ich hab grad einen erschossen. Was ist der hier? Das ist nur der AK-112. Was schinke ich dir? Gut, der hat nix. Der hat keinen Kopf mehr. Welche Schritte? Oder ist das der Regen? Bin man nicht sehr. Okay, hier geht's irgendwie raus. Das ist aber auch der richtige... Nee, glaub ich nicht. So. was denn die Übung war hier. Das andere Treppenhaus zu erreichen. So, was hast du schönes? Das, das. Mit den Clementen nimm mal mit. Das nimm mal mit. Den Patch nimm mal mit. Äh. Hey, ich bin nicht. Ich bin nicht. du willst von der seite kommen oder auch nicht dann komme halt ich von der seite und wenn du es gekauft gerade gekauft es lässt sich gut verkaufen das ist total am arsch sp5 zu legen sp was und das nehmen auch mit und dessen small bohr brauche ich sowieso hier geht es auch nicht das waren jetzt alle erst mal äh nicht dulden deshalb igel nope hole das ist eine Sackbasse Klo den hatten wir glaube ich schon die da hinten habe ich noch nicht so 62 mal zerlegen 36 nein danke und wieder eins hoch was ist hier los oben wo kommt denn du her da ja ja Waaah! Hunger und Dürst? Na gut! Waaah! Waaah! Wann ist er nicht da? Immer noch nicht. Das ist nur ein MP7, die habe ich selber. Waaah! So, hier geht es wieder nicht hoch. Aber hier. Gut. Dann ist er nicht geschafft. Wir aktivieren den Generator. Hier geht es nochmal aufs Dach. Aber Dach ist gefährlich. Dach ist voller Elektro-Kelumpe hier. Oh ne, danke. Sooo. Okay. Jetzt können wir hier reinspringen, oder ist das eher ungesund? Ich glaube, das ist eher ungesund. Ich glaube, ich muss wieder runter. Ich muss, glaube ich, wieder runter. Mal schauen. Das ist irgendwo offen. Achso, hier ist es offen, genau. Jetzt könnte ich hier... ... 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